Es ist dies ein Augenblick, wie er selten ist in der Geschichte. Wir lösen uns von dem Alten und begegnen dem Neuen. Ein Zeitalter endet und die Seele einer Nation, die lange unterdrückt war, äußert sich frei und ungehemmt. Fast Mut, wenn euer Mut euch verlässt. Umarmt den Glauben, wenn es nur wenig Grund zum Glauben gibt. Gebt die Hoffnung nicht auf, wenn die Hoffnung schwindet. Ich weiß zwar weder auf einer Leier zu spielen, noch auf einer Harfe zu schlagen. Doch weiß ich, eine kleine und unbedeutende Stadt zu Ruhm und Größe zu geleiten. Nicht durch Reden oder Majoritätsbeschlüsse werden die großen Fragen der Zeit entschieden, sondern durch Eisen und Blut. Ich habe die unglaubliche Energie der Massen gesehen. Auf diesem Fundament ist es möglich, einfach jede Aufgabe zu bewältigen. Die Zukunft gehört denen, die an die Schönheit ihrer Träume glauben. Ich kann dich denn mit denen einsch액en, die Gefást FLÜHR war. auch?